die challenge habt ihr erstaunlicherweise überstanden ich bin noch nicht bereit muss die links lang da ist die stadt und gleich ich halte sie so lange auf ich beschütze dich mich zurück ist egal ich bin ganz viele leute leute die luft schweben ist niemals ein gutes zeichen für irgendwas ja hier stehen bestimmt auch bei dir weil ich gucke gleich mal grünlich geschickt beträubt werden soll ich soll ich nicht hatte 28 76 ja 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 hier steht ja okay kann sie aber angreifen ja klar klar kann ich das normal gehört so was war wieder eine gewesen dann würde ich sagen da drüben hin klopplop galopplop das mit gabe gefahr wird es ist plötzlich ich habe den namen cpa nicht klar weil ich ganz ehrlich deswegen nehme ich mir auch wirftet immer wieder raus sie sind verwirrend ein zebra name mein pferd namens cpa ja 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 ich habe das verstanden hat sich wieder abgeschmissen das pferd dass wir ja weil es nicht ziel bekannt werden will verstehe ich hat das die ich stehe direkt daneben ich könnte ihr eine klee heben also was mache ich ja nicht stehen hier ich freue mich schön da haben sie kaffee und kuchen vergessen die schweine den da hätte ich noch das ist gleich die mann hast du damit den wegpunkt hier nie da hast du mir und ist man da ein klötze kommen die gas klötze macht sie nicht jetzt hallo willkommen chorbach liebe leute weiter zur lilly stadion nicht in der stadt doch in der stadt mit dem pferd unterwegs unglaublich naja ein dürfchen war es bestenfalls hat sie in stadt vielleicht ist ein sehr hoch gegriffen dafür aber nun gut mein nächstes suchen der ist dort ist da drin im haus in dem haus in dem haus aus dem haus aus muss wieder raus aus dem haus er wollte nur einfach zu mir wenn du weg bist du musst du das geben los zebra ja das ist wieder da server lack der mini server weg ist nicht so schlimm die schlimmeres nächstes statuen teil gleich hier oben weil geil rechts davon so die nächste wäre da ja wo denn jetzt okidoc platze hat schon echt zu tun dass damit fährt aber herkommen ja ja hilft ja nichts ich brauche mehr zeit dann müsste mir tatsächlich die erste charakter sein hier mit dem ich zu tun habe der level 50 hat nicht selbst dass ich hier die vierte aber es scheint so zu werden ich brauche zeit um das zu tun hier oben ist doch sonst auch ein pferd auf an wo bist du hin dann bist du da hinten weil ich hinten bin ich bin schon dann ganz erhöht und dann fertig laufen oder was hier oben ist sie wo ich stehe hier wo ich stehe höchster höchster so die nächstes da oben komplett das geben uns nicht wieder zu spiel dafür leck ist leck was leckt ihr wen ein bisschen hat total ist nicht in ordnung aber ja es soll wird gestern wieder gewissen vermehrt zu server problemen gekommen sein oder das wieder jetzt ja bisher noch nicht wirklich naja ist halt erst seit ein paar tagen ob ich zähl draußen spiel ich denke jetzt werden noch die meisten leute langsam in die abo 4 ein finden entsprechend hat man da vielleicht ein paar probleme die man vorher nicht hatte neuen aber warum na wie geht es dir so schön dass du da bist du weißt hast du beschleunigen kannst du ja ja ich kann er gegen die kanten gegen und dann so ja die kanten dass man kann ich genauso langsam das ist nicht so schön dann so gar nix was sie direkt über uns siehst du darfst du schon hier ist keine stadt stadt haben wir nicht gesucht nein statur aber ich war ein gebiet noch gar nicht das ist jetzt entgraut ja aber die stadt kann ich nicht anklicken und ich kann sie nicht geholt haben weil das gebiet noch grau war ich meine wir waren hier schon da ist noch grau bei mir gewesen eben frage bin ich was auch ein server oder sowas aber wir waren ziemlich sicher hier in der story gewesen da bin ich relativ sicher weil ich musste auch die story machen mit man fragt um mich hier durchzukommen wo hier der der sohnemann da kompiert wurde und so weiter müsste schon gewesen sein doch nur gar nicht waren es gleich links von uns ja ja das ist klar ja nie das server veränderte aktuell schätzungsweise weil ganz die leute sich einloggen weltweit hat das wissen problem ist das wir sind ja always online bei dem spiel wir haben ja eine share durch mit anderen spiel online und so weiter entsprechend kann es das mal zu problemchen kommen das war bisher die tage nicht so schlimm aber hier bei sie mir ist ein bisschen gibt es jetzt einigermaßen euro schatz problem ist schon wieder ja mein stück für untertätigen server lex wenn man da bis ein vom klanz der muss er jetzt direkt weg zu server lex er ist einfach auch weg verschwunden und halt nicht blöder goblink sein server lex war er schon längst weg ja wie muss noch gesehen und ich weiß es nicht sehr was das ja was plötze naja hier noch ein ort davon finden schätze ich mal aber das merkwürdig das war sehr merkwürdig doch nicht in ordnung das nicht in ordnung hier ist richtig habe ich kurz verritten weil ich meine augen woanders hatte ja ja dann wenn du sowas machst dann in welchem eigentlich so ist es genau ich darf was nämlich ich komme nicht durch ich komme da halt so ja ja laufer schon mal weiter lass mich ruhig zurück ja weil karte ist nicht okay hatte die plötze sagt 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 also hier 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 ist immer diese gegner überall wenn das ihre schaden nächste da oben zebra mein zebra und ich meine plötze und ich wir reiten auf das ist viel cooler als der zebra mir egal mir egal ja ich habe ein pferd auf dem ich vorwärts komme was soll ich dazu sagen was soll ich dazu sagen lille angeben angeben so bin ich halt hier ist sie die nächste ist ja lustig da oben bisschen wasser feeling hier wasser feeling wasser feeling wasser feeling aus dem wasser feeling falsch gelaufen übrigens ich habe gerade auf mein chat geguckt ach so okay ja wenn ich mache schon wenig chat aber ich war nicht glaube ich kann nicht ganz gar kein chat machen das ist auch ein bisschen doof ich hoffe das versteht bei mir auch versteht bei mir hat das naja ein bisschen schritt mache ich schon aber ich schreibe es ein schatzkoppel und es gibt ja wie kommen wir nicht hin von hier aus warte 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 wie kommen wir hin warte warte doch oben rüber ja richtig ich habe jetzt weg ich gläubige er ist noch nicht bereit mann er ist noch da den schnapp ich mir auch im herz wiege bleibt wird vom leben gleich befreit ich habe nicht genug energie schwierig nein wie ist denn die entkommen aus meiner sicht ist doch nicht dass ich jetzt auch wenn er noch da also mal steht sage mal kumpel ein güldener ring war so ein geist goldenes typ kälte ich brauche es aber auch nicht nicht wirklich mehr das mist der ring ist nicht so meins aber egal wann ja nicht wieder so durchschließt neben mir gerade über es falsch gelaufen hast du schon geholt oder was wieso denn hier wo ich gerade bin waren quasi schon daneben gewesen eben ok den merker hatte ich noch nicht setzt ach so also der chat versichert mir gerade er kann sie sich selbst bespaßen das ist okay dann überlasse ich mal sich selbst sind ja alle erwachsen schätze ich ja eigentlich ja ich glaube schon ich meine mein kanal richtet sich ein ginger zu deinem samira nicht an ältere oder erwachsene nicht in der stadt ich glaube ich habe keine wachsene ich habe nur bestenfalls kindsköpfe hallo samira schüß amira wusste ich auch nach tausend kann wohl nicht mehr ja 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 ich habe mache gesetzt da unten wir sind gleich da ich lese den chat mit liebe leute ja auch wenn ich werde dafür gehe aber ich lese alles mit das auf jeden fall sagst du mal fenner also wir sind schon richtig mussten die andere seite davon ich sehe sie nicht auch okay bei mir ist ja nicht mehr leuchten deswegen so schwer zu erkennen da unten habe ich noch eine meine soweit der wg kommt zum wegpunkt darunter das ist daneben ja kein weg nach so dann können wir es nicht was hast du dir nach vor hier ich habe an übersehen was direkt davor habe ich hat eingesetzt gerade jetzt vergessen wir waren noch gar nicht julio dann ab dafür los plötze go 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 zebras sind vorne na ja auf einmal auf einmal kommen wir holen auf wir überholen ja das leertaste sei doch jedes mal ja ich renne auf auge du kannst dich überholen wenn ich auch laufen du bist bei mir nicht gelaufen musst du mal also gibt erlaubt hier bist du bloß da sind wir zack um ende auf licht ausgeknipst ich habe die leitet in den papierkopf verschoben los weg damit okay das haben wir den dann aber den darunter pass auf einen werbeer wolf ich glaube es ist der gute terminus dafür werbeer wolf mir nach mir nach okay auch den spam toll geht kaputt geht nicht wo siehst du hin auch teule und die barriere zerstört eigentlich ich bin noch nicht bereit egal ja genau weil ich spiel ab 18 habe überwiegend ist das dream auch ab 18 so ich habe keine spieler ab 18 ich glaube ich habe es ab 16 wenn man tausend bleiben natürlich sind mir erwachsene die kind geblieben sind auch sehr recht ich hatte was gar nicht leidend ich persönlich ich bin ja auch ein sehr krass gestanden erwachsener mann ich kann mit er natürlich total überhaupt nicht meins ja bitte verlasst mein verlasst mein leben was machst du da samira du bist hier bei mir richtig wo bist du hingelaufen wo bist du dich das bist du gar nicht auch mann das ist ein anderer spieler mann es ist ja weiß ich muss mir gedacht machst du hier hinterher läuft oder ja ja so habe ein unteren gesetzt am nächsten marker da okay die bra klötze aber auch komm schon ja ist nicht weil ich bin noch nicht ich bin dann gefangen ja lass mich die arbeit machen das würde ich ja was zu verstanden ja ich hab ja nicht ebenso weiter machen ich muss auf mein kett aufstehen geht leider nicht plötzlich kommt weg hier schnell weg hier mann 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 diese gegend ist ganz schön gefährlich für pferde machst du ja machst machst du b ich bin schon da wo du bist ich bin hier hinten ja wie dein blaue punkte von der karte hin ja hin ja ich will links rechts 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 ja ich bin ein springender punkt wo dann die nächsten dort hin darf nicht der weg den kannst du mit schnappen wenn wir schon hier sind ja vielleicht ganz sinnig und ich glaube keine 5 nicht in der stadt wird sagen diese 10 worum geht es in der weg von linie war eine 5 also jetzt ist auch okay und das so kannst du den beiden bis was verkauft man schon mal hier bis ich mache hast du mich auch gleich ja das wäre ganz gut großhändler das händler leider habe ich gar kein schmied hier regtpunkt freigeschaltet ein gerechtes geschäft das ist schlechter dass ich habe eine schöne ohrsammlung hier liegen ich habe hier drei ohren von dem barbaren goldhase er war 47 damit haben wir gekillt was soll ich machen er war nicht so gut wie ich machst du mit den ohren ich sammle die und gibt damit an im pvp-netzwerk wenn ich sowas hätte ja wie ehrlich ja so ist das oh hä ist hier kein schmied ne das ist kleine stadt gibt es nicht ach so so da ist eine statu aber verkauft kannst du bei mir ich ich bin hier oben wo ich dir geht hier auch ja nur da kannst du sie machen ähm ich habe und bekommen nein kurin das war natürlich nicht ganz ernst gemein so witte da wo mein marker ist marka weit im all verteilt komplette lauf dem zipp mal davon auch mit aufstellen schneller schneller mega galopp mega galopp packte server oder bist du es langsamer ist falsch gelaufen übrigens was eben von mir angezeigt jetzt will ich aber hier ja ich brauche hier oben wo ich bin da bist du nicht da war die stadt du hast jetzt schon in diesem gebiet insgesamt sehe ich das wenn du die karte rugs oben rechts das rechte oben angezeigte symbol 26 von 34 so wenig ist okay hier ist die nächste ganz links von hier aus das ruft nach rache aber warum ich denke auf dich die letzte stadt samira trinken du musst ja auch wenn ich denke damit wir gleich voll sind und gleich dicht damit wir nicht vorteile haben oder nachteile je nachdem und koop ich bin ja schön doof und mam